Ich lerne Deutsch. Ich lerne Deutsch. Ich lerne Deutsch. Nummer 951 Vergiss bitte nicht, diesen Kanal zu abonnieren. Das Buch wurde mir empfohlen. Es soll mir die Prüfungsangst nehmen. An Besucher, die nicht regelmäßig auf der Baustelle sind, wird oft ein weißer Helm ausgegeben. An Besucher, die nicht regelmäßig auf der Baustelle sind, wird oft ein weißer Helm ausgegeben. Das ist die größte Portion Popcorn, die ich jemals gekauft habe. Du hast deine Miete seit drei Monaten nicht bezahlt. Warum sollte ich dich länger hier wohnen lassen? Du hast deine Miete seit drei Monaten nicht bezahlt. Warum sollte ich dich länger hier wohnen lassen? Sollen wir eine Bootsfahrt machen? Sie dauert zwei Stunden. Alle Zutaten kommen in die Küchenmaschine. Alle Zutaten kommen in die Küchenmaschine. Alle Zutaten kommen in die Küchenmaschine. Die Fellpflege bei meinem Hund mache ich selbst. Ich brauche keinen Hundefriseur. Ich hatte mehrere Tage Schmerzen in der Brust und Atembeschwerden. Was stimmt mit mir nicht? Ich hatte mehrere Tage Schmerzen in der Brust und Atembeschwerden. Was stimmt mit mir nicht? Ich hatte mehrere Tage Schmerzen in der Brust und Atembeschwerden. Was stimmt mit mir nicht? Als Kind war ich gut im Seilspringen. Heute muss ich üben, um es wieder zu lernen. Als Kind war ich gut im Seilspringen. Heute muss ich üben, um es wieder zu lernen. Während der Kaffeepause habe ich Zeit, einen kurzen Blick in die Tageszeitung zu werfen. Während der Kaffeepause habe ich Zeit, einen kurzen Blick in die Tageszeitung zu werfen. Während der Kaffeepause habe ich Zeit, einen kurzen Blick in die Tageszeitung zu werfen. Jetzt kommen einige Wiederholungen. Statt vor dem Fernseher zu sitzen, sind wir lieber draußen in der Natur. Beim Malen brauche ich absolute Ruhe. Beim Malen brauche ich absolute Ruhe. Welches Kleid soll ich anziehen? Ich kann mich nicht entscheiden. Welches Kleid soll ich anziehen? Ich kann mich nicht entscheiden. In diesem Gebäude konnte ich kurzfristig Büroräume für das Team anmieten. In diesem Gebäude konnte ich kurzfristig Büroräume für das Team anmieten. Brauchst du ein ärztliches Attest für die Krankenversicherung? Warum läuft Annika mit ihrem Pferd durch das Wasser? Warum läuft Annika mit ihrem Pferd durch das Wasser? Mein Vater hat ein Flugzeug aus Holz gebaut. Mein Vater hat ein Flugzeug aus Holz gebaut. Das Containerschiff verlässt den Hafen. Es fährt nach Belgien. Mit der neuen Bürste kann ich deine Haare viel besser kämmen. Warum sitzen wir hier auf der Bank? Ich gehe lieber schaukeln. Warum sitzen wir hier auf der Bank? Ich gehe lieber schaukeln. Warum sitzen wir hier auf der Bank? Ich gehe lieber schaukeln. Ich leite eine Kfz-Werkstatt und habe keine Angst davor, mir die Hände schmutzig zu machen. Ich leite eine Kfz-Werkstatt und habe keine Angst davor, mir die Hände schmutzig zu machen. Diese Treppe führt eine Düne hinauf. Von oben kannst du das Meer sehen. Diese Treppe führt eine Düne hinauf. Von oben kannst du das Meer sehen. Meine Nackenschmerzen nehmen wieder zu. Die Tabletten und die Creme haben nicht geholfen. Vergiss bitte nicht, diesen Kanal zu abonnieren. Und gib uns bitte ein Like. Die Tabletten und diechemie übernесen. Die Tabletten und die Kfz-Werkstatt. Die nivel des Muscando американ electionem.